Hallo, ihr lieben Mitglieder und Freunde der Freien Evangelischen Gemeinde in Limburg. Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Impuls zu Hause für dich. Mein Name ist Markus Heckerle, ich bin Mitglied der Gemeindeleitung und ich hatte letzte Woche weniger Glück mit meinem Friseurtermin als unser Pastor, wie ihr vielleicht erkennen könnt. Da dachte ich noch, ist ja egal, ich treffe die nächsten Wochen sowieso kaum jemanden. Tja, und nun stehe ich vor der Kamera. Denn ich habe den heutigen Impuls spontan übernommen, damit Tobias noch etwas mehr Zeit für die Predigtvorbereitung für Heiligabend hat. Da freue ich mich schon drauf. Und außerdem möchte ich eure Augen für eine etwas ungewohntere, aber doch sehr biblische Perspektive auf Weihnachten öffnen, die mir selbst erst kürzlich so richtig deutlich wurde. Auslöser war letzte Woche die Meldung in den Nachrichten, der schwedische Weg ist gescheitert. Das wirft ein paar Fragen auf. Was ist der schwedische Weg? Warum ist er gescheitert? Und vor allem, was hat es mit Weihnachten zu tun? Im Frühjahr dieses Jahres, als die meisten europäischen Länder wegen des neuartigen Coronavirus das öffentliche Leben stark heruntergefahren haben, blickte man verwundert nach Schweden. Die Skandinavier blieben gelassen, verzichteten auf Verbote und Schließungen und setzten auf die Eigenverantwortung der Mitbürger. Diese Strategie, die bald als der schwedische Weg bekannt wurde, schien bis in den Spätsommer hinein aufzugehen. Er nährte sogar die Kritik, solche harten Maßnahmen, wie beispielsweise in Deutschland, seien zur Eindämmung des Virus offenbar übertrieben gewesen. Mit der sogenannten zweiten Welle ging diese Rechnung aber nicht mehr auf. Als Anfang Dezember die Kliniken in Stockholm ausgelastet waren, musste König Karl Gustav öffentlich einräumen, dass dieser Ansatz gescheitert war. Anstatt allein auf die Eigenverantwortung zu setzen, wurden nun doch härtere Maßnahmen verhängt. Und das bringt uns zu der Frage, warum es nicht funktioniert hat, das Infektionsgeschehen durch die Eigenverantwortung der Bürger zu kontrollieren. In Deutschland hatte man es Anfang November mit einem milden Lockdown versucht. Hier wurden diesmal mehr Appelle als Verbote erlassen. Auch dieser Weg muss wohl als gescheitert betrachtet werden. Mich beschleicht der Verdacht, dass mit der Eigenverantwortung funktioniert bei uns Menschen nicht wirklich gut. Das ist insbesondere deshalb tragisch, weil der Mensch als Krone der Schöpfung gilt, der sich unter anderem durch Vernunft und Rationalität von den Tieren abhebt. Und dann sehe ich, wie kürzlich an einem Freitag früh ein Handwerker beim Bäcker 30 Brötchen kauft, um seinen Kollegen ein Frühstück zu spendieren. Oder wie unsere Nachbarn an diesem Wochenende mit einem halben Dutzend Bekannten spätabends im Garten feiern. Und ich frage mich, wie die dann trotz Ausgangssperre ab 21 Uhr noch nach Hause gekommen sind. Und ich beginne mich über den inzwischen so aufgeklärten Homo Sapiens zu wundern. An Gott glaubt man nicht mehr, weil der angeblich von der Wissenschaft widerlegt wurde. Aber wenn es um die Erkenntnisse der Virologie und der Mathematik zur Ausbreitung eines Virus geht, dann ist die Wissenschaft offenbar auch nicht zwingend relevant für das eigene Leben. Und so hat die heutige Menschheit, wie es scheint, nicht nur in weiten Teilen Gott, sondern auch die Vernunft über Bord geschmissen. Immer wieder hieß es, das Virus lege Probleme offen, die vorher schon da waren. Zum Beispiel als im Frühjahr die Versorgung mit medizinischem Material knapp wurde und die Schwächen des Gesundheitssystems zutage traten. Ich habe gerade den Eindruck, dass das Virus auch auf ein Problem der Menschheit insgesamt hinweist. Ein Problem, über das in Kirchen und Gemeinden immer wieder gepredigt wurde und wird. Irgendwas stimmt mit der Menschheit an sich nicht. Und damit kommen wir zur Frage, was das Ganze mit Weihnachten zu tun hat. Euch ist heute der Retter geboren. Dieser Satz aus der Weihnachtsgeschichte legt den Finger in die Wunde. Denn wer einen Retter braucht, befindet sich offenbar in einer schwierigen Lage. Und das Problem ist nicht Corona, sondern die Menschheit selbst. Angefangen hat es damit, dass der Mensch auf den ersten Seiten der Bibel meinte, er könnte auch ganz gut ohne Gott auskommen. Im Garten Eden können wir beobachten, wie Gottes zu diesem Zeitpunkt einziges Gebot lange, so lange uminterpretiert wurde, bis man es schließlich nicht mehr ernst nahm. Sollte Gott gesagt haben, nein, das ist ein Missverständnis, ihr werdet nicht sterben, sondern, was dann mit der Menschheit passierte, ließ sich nur noch durch klare Regeln einigermaßen einhegen. Sie wurden nötig, damit die Menschheit nicht völlig aus dem Ruder läuft und überall nur noch Mord und Totschlag herrscht. Paulus spricht im Neuen Testament von der Bedeutung des Gesetzes und deutet zudag gleich einen Ausweg an. So hat das Gesetz uns in Zucht gehalten bis zum Kommen Christi. Damit ist offenbar Weihnachten gemeint, als unser Retter geboren wurde. Und so fährt Paulus im nächsten Satz fort, dass wir nun aufgrund des Kommens Christi einen solchen Zuchtmeister, damit meint er das Gesetz, nicht mehr nötig haben. Also hätte der schwedische Weg doch funktionieren müssen? Nein, so einfach ist das nicht. Paulus setzt hier nämlich etwas voraus, das mit dem Kommen Christi in diese Welt verbunden ist, nämlich, dass der Mensch seinen Retter auch annimmt. So lesen wir zum Beispiel im Johannes-Evangelium Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Indem ein Mensch dieses Angebot annimmt, also diesen Jesus in sein Leben aufnimmt, passiert etwas ganz Existenzielles. Der Mensch wird zu einem neuen Menschen. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Sagt uns Paulus im zweiten Korintherbrief. Denn Christus ist, 1. Kolosser 1, Vers 15, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Somit ist die Geburt Jesu Christi im Stall von Bethlehem nichts weniger als der Anfang einer neuen Menschheit. Dazu nochmal Paulus im Kolosserbrief. Ihr seid zu einem neuen Menschen geworden, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird. Gottes Idee mit dieser neuen Menschheit ist dann tatsächlich so eine Art schwedischer Weg. Beim Propheten Jeremia heißt es, dass dann idealerweise keiner mehr den anderen belehren muss, weil Gott sein Gesetz, also das, was gut und richtig ist, in unser Herz, in unser Inneres legt. Ob das funktioniert, steht und fällt aber damit, ob wir uns zu diesem neuen Menschen umgestalten lassen, also, wie Paulus es so schön in Epheser Kapitel 4 beschreibt, den neuen Menschen anziehen und so zum vollkommenen Menschen werden und als gesamte Gemeinde Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. So stellt sich also zu Weihnachten weniger die Frage, was wir mit diesem Kind in der Krippe anfangen sollen, sondern eher, was dieses Kind mit uns anfangen, aus uns machen möchte. Gott lädt uns ein, Teil dieser erneuerten Menschheit zu werden. Dabei ist Jesus Christus so eine Art zweiter Adam. Paulus verwendet diesen Ausdruck in einigen seiner Briefe. Vielleicht habe ich euer Interesse geweckt, diesem Gedanken in den nächsten Tagen mal nachzugehen. Gott schafft in Jesus eine neue Menschheit und lädt dich dazu ein, dazu zu gehören. Die großen Familienfeiern fallen ja jetzt aus. Vielleicht bleibt da mal etwas Zeit, im Neuen Testament zu forschen. Zum Beispiel im Kolosserbrief oder im Epheserbrief. Auch das Johannesevangelium und den Epheserbrief kann ich zu diesem Thema empfehlen. Und zum Schluss bleibt mir noch der Verweis auf unsere Gottesdienste. Da hat es jetzt sehr kurzfristig leider eine Änderung ergeben. Der 14.30 Uhr Heiligabendgottesdienst muss leider ausfallen. Was stattfinden wird, Stand jetzt, ist um 17 Uhr der Heiligabendgottesdienst mit Besuchern, aber auch als Livestream für zu Hause. Ganz wichtig, ihr müsst euch anmelden auf der Homepage, damit ihr kommen könnt. Wir dürfen auch da keine Ausnahmen machen. Wer nicht angemeldet ist, den müssen wir leider wieder nach Hause schicken. Also morgen, 17 Uhr, herzliche Einladung zu unserem Gottesdienst. Und der weitere Ausblick, am Sonntag, dem 27.12. findet leider kein Gottesdienst statt. Und an Silvester nur ein Livestream-Gottesdienst ohne Gäste, aber dann auch um 17 Uhr. Ich wünsche euch allen ein gesegnetes und hoffnungsvolles Weihnachten. Tschüss! 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 Vielen Dank.